Hi Leute, heute mache ich mal ein Schleich-Update. Ein Schleich-Pferder-Update. Ja, ähm, als erstes zeige ich meine beiden Pferde, die kein Schleich sind. Mein Briar-Tootielers und mein anderer Briar-Tootielers. Dann geht's nach unten. Hier stehen meine Hafis, meine Analusier, meine Friesen. Komm-Kamera, stellscharf, ach, geht. Naja, meine Trakena, mit Fohlen, die man kaum sieht. Meine Tansy Walker, meine Falabellas. Äh, oh, so gut wie nichts, da sind so Stuten, die jetzt noch keine Familie haben. Also hier in der Reihe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die weiße Hannoveraner-Stute ist. Das könnt ihr mal mehr in die Kommentare schreiben. Dann meine Hannoveraner-Familie. Ja, das alte Hannoveraner-Fohlen mit der Mutter. Die alte, die neue Hannoveraner-Stute mit dem neuen Fohlen. Dann die Tinker. Die Kristalle. Keine Ahnung, wie die heißen. Meine Pintos. Meine Percherons. Wallache und Hengste, die keine Familie haben. Dann meine Lipizzana. Meine Araber. Ja, hier habe ich den Repaint versucht. Einen schwarzen Araber, die fand ich dann aber doch nicht so schön. Dann habe ich die Farbe versucht, die abzumachen. Und dann ist sowas hier rausgekommen. Aber ich finde sie eigentlich recht schön, muss ich sagen. Dann habe ich sie einfach so gelassen, weil die Farbe nicht mehr abgeht. Ja. Meine fetten Weine. Gut. Oh, hier wird es ziemlich dunkel. Nicht ganz. Hier sind meine Isländer. Meine Quarter Houses. Die Kamarko-Pferde. Hier so ein Exklusiv-Fohlen. Das war so ein Pferdeheft. Das hat meine Mutter mir mitgebracht. Dann habe ich das nochmal gesehen. Mit dem Lipizzaner-Fohlen. Dem neuen stehenden. Im dunkelbraun. Aber. Ja, das wollte ich mir dann nicht auch noch holen. Keine Ahnung. Kein Geld und so im Moment. Deshalb ist das ein bisschen doof. Meine Fellponys. Meine Shirehorses. Hier auch so ein ganz altes von Schleich. Die, äh, die Appalooza. Zwei. Zwei Fohlen, die keine Eltern haben. Die Knappstopper. Sag, Fjordpferde. Genau. Steht hier ja auch. Ein bisschen dumm von mir. Dann meine ganzen Shetland-Ponys. Hierzu habt ihr bestimmt den Haul gesehen. Zu ihr. Mit dem Fohlen. Und dem Braunen. Das hier ist ja so ein Exklusiv-Set gewesen. Mit dem braunen und dem schwarzen Shetty. Und dazu noch die normale Mutter, die ich jetzt zweimal habe. Egal. Die werde ich noch repainten. Äh. Sieht's doof aus. Egal. Meine, äh. Ähm. Wie heißen die nochmal? Deutsche Rideponys. Die Punkt, R Punkt, P Punkt eigentlich. Und meine Holsteiner. Gut. Dann. Geht mir mal. Hier hin. Hier steht. Mein Collect A. Kristalle auch. Mein Papo Friese. Mein Papo Araber. Respectable Beauty heißt die. Weil, ich war mal bei so einem Hof. Da hieß auch ein Pferd Respectable Beauty. Und die war braun. Hatte auch hier dieses. Karo. Oder wie es auch heißt auf der Stirn. Das habe ich sowieso genannt. Dann mein Knöp-Strupper. Zwei McDonalds-Ferde. Noch ein Kuligern-Pferd. Und zwei kleine Pferdchen. Dann hier so ein Bruder-Pferd. Keine Ahnung. Wo ich das her habe. Ich hatte früher auch einen Trecker. So ein riesen Gummipferd. Ja. Kann man voll zusammendrücken. Und so ein komisches Stopp-Pferd. Und dann gehe ich euch mal mein Anderusschleichregal zeigen. Hier seht ihr noch meine Fotokulisse. Hier mache ich auch manchmal Fotos. Keine Ahnung. Irgendwie. Wie langweilig ist. Und hier sind meine Repaints. Two-Dealers. Ich weiß, der hat schwarze Hofe. Ein bisschen doof. Mageddon. Das Pferd, was ich früher geritten bin. Übrigens, die Schleife habe ich mir selbst gebastelt. Weil ich mir wünsche, dass der mal bei einer LS mitmacht und gewinnt. Dann meine Feier. Feierstorm. Feierkiste. Ich weiß noch nicht, wie ich es ne... Entschuldigung. Mein Handy wollte irgendwie nicht, dass ich weiter filme. Keine Ahnung, warum. Ist einfach rausgegangen. Gut. Dann machen wir einfach weiter. Das hier ist mein Tensi-Burka, wie schon gesagt. Mein steigender Hengst. Ne, Wallach ist das aber egal. Mein Mini-Shetty-Hengst. Meine Araber-Stute. Oh. Den habe ich nämlich gekastet. Ja, vorher war er gelb mit blau und so angemalt. Habe ich ihn neu gemalt und ihn gekastet. Äh, sie. Aber das muss ich noch ein bisschen fertig machen. Die sind nämlich alle noch nicht fertig, weil der Kleine hier, der hat noch gar keine Flecken. Das ist Donald, mein Shetty, was ich habe. Ähm, dann... Die müsste ja jeder kennen. Phoenix, Phoenix. Ja, ich habe das jetzt auf der Kristall-Stute gemacht, obwohl das ja ein Wallach oder Hengst ist. Aber keine Ahnung. Ich habe das andere... Also ich weiß echt nicht, was heute mit meinem Handy los ist. Egal, ich fahre mir jetzt eben schnell weiter zu Ende. Ja, dann ein Dülmner Wildpferd. Lucky Luke. Ein Friese. Ein Norika. Die zwei liegenden. Hier genau das gleiche. Die habe ich mir selbst gebastelt. Also ein Apollosa ist das geworden. Ich finde sie so süß. Äh, die zwei Falabellas. Meine zwei Shettys. Den Shetty, das Falabella und die zwei. Den hat mein Bruder replantet. Also man sieht ja, wie schlecht das ist. Der wollte unbedingt Eis machen. Okay. Den werde ich aber nochmal neu machen, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt eine Konga, wie ihr das in meinem Hole schon gehört habt. Und zwar eine Shetty Konga. Die zwei Fohlen. Und... Warte. Ja. Entschuldigung. Geht nicht anders. Und... Das holen. Und... Das holen. Ja. Gut, das war's auch von meinem... Äh... Update. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.